Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Commander-Conker-Armstuf-Rot-1-Gegenschlag auf Seiten der Sowjets Remastered. Ganz genau, liebe Leute, und wir sind mittlerweile bei der sechs letzten Mission angekommen. Oh mein Gott. Und eine Sache möchte ich gerne noch sagen, und zwar diese Missionen hier, die alle noch frei sind, und die werde ich definitiv noch nachholen, allerdings werde ich das als letztes machen, weil als letztes ist das nochmal ganz gut, wenn wir hier nochmal ins Alarmstuf-Rot reinkommen. Und ja, dazwischen dann den TBR-Konflikt. Gut Leute, es geht weiter mit Missionen, ich zähle mal gerade, 2, 4, 5, 6, 7, 8, Mission F12, Mission 12, Frankreich Schlaftrunk. Perfekt, liebe Leute, dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Ich habe beim letzten Mal schon gesehen, dass da 5 Invasoren standen. Wieder so eine Hickhack-Mission, aber gut. Die Alliierten entwickeln an einer nahegelegenen Einrichtung eine neue Waffe auf Basis der Chronotechnologie. Den Feind hier zu vernichten wäre an sich unkompliziert, doch er ist gut aufgestellt und sämtliche bisherigen Eingriffsversuche unsererseits wurden zurückgeschlagen. Es ist Zeit für einen neuen Ansatz. Nehmen Sie die Chronosphäre ein und schicken Sie ein MBF zu der großen Insel. Dort angelangt müssen Sie die Forschungseinrichtung erobern und die Basis zerstören. Aha, ok. Nutzen Sie zuerst den Versorgungstruck, um die Wasserversorgung am Wasserfall über der Stadt zu vergiften. Versorgungstruck. Sobald die Basis leergefegt ist, können Sie die Chronosphäre mit Leichtigkeit einnehmen. Renadiere. Und ein MBF, ne? Das ist also der Versorgungstruck. Ok. Nochmal. Die bleiben mal bitte hier und dann vergiften Sie die Wasserversorgung der Alliierten. Ne. Meine Güte. Wo muss ich denn hier hin? Wahrscheinlich nach links. Ne. Oder? Nö. Ok. Da kommen wir beim Mannequin. Die könnt ihr direkt platt machen, bitte. Naja, der Truck, der sollte am besten nicht nach vorne und die auch nicht. So. Am besten hier sowas. Genau. Die Mannequin. So, sehr schön. Und so, dann freue ich mich, dass ihr immer wieder hier dabei seid. Bei Quarne Conquer. Und wie es denn hier weitergeht mit den Russen. Also das ist ja wirklich... Wir bewegen uns immer näher aufs Ende des Spiels hierzu. Das ist also des ersten Teils quasi. Und das letzte Spiel hat ja schon 64 Folgen. Also... Das kann ja nur heiter werden. Oh. Ach du Scheiße. Ach du... Äh... Lass mal in Ruhe da. Lass mal... Lass die mal in Ruhe. Kannst die platt fahren? Lass... Lass du die... Penner. Wirklich. Ja, wie soll ich da jetzt vorbeikommen? Das ist doch ein Bunker. Das heißt erstmal Dead End, weil ich hier nur Mannequin hab. Ja, eigentlich schon. So, alles klar. Dann ist es vielleicht hier. Die Wasserversorgung vergiften. Ja. Das ist schon wieder so eine sneaky Mission, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, hier oben. Oder was? Hier oben kommen wir auch vorbei. Ja gut, dann kommen wir hier hoch. Was zur... Was will denn der Jeep? Oh Gott, das will... Ja toll, jetzt kann ich mich nicht mehr wehren. Oh, da muss ich irgendwie hin, hä? Da muss ich hin, ja? Glaube schon. Nein! Ah, hab ich das jetzt schon... Fahr den platt, bitte. Fahr den bitte platt. Oh, Truck. Jetzt fahr den platt. Diesen Scheiß... Er kann den nicht platt fahren, ne? Ja, ich hab's verkackt. Shit. Oh, Neustarten. Ach, das ist immer bei diesen... Das ist immer bei diesen scheiß begrenzten Missionen so, ne? Dass man nicht weiß, was auf einen zukommt. Wo man dann nochmal neu starten muss. Aber das ist ja nicht schlimm, soweit. Das ist ja absolut nicht schlimm. Aber es ist halt... Teilweise echt nervig. So. So, dann kommt immer bitte hier hin und ihr hier hin. Dann gehen wir direkt los hier, so. Und direkt platt machen, die Kacke. So. Genau. Mensch, Mensch, Mensch. So, das sind Raketenwerfer. Das Blöde ist echt dieser Truck. Der kann keine Einheiten überfahren. Das ist... Ja. Das macht's nochmal schwieriger. So. Und die Inversorgen, die brauch ich auch alle. Unbedingt, ey. So. Was zur... Nein! Seit wann kommt denn da, Mänikön? Um Himmels Willen. Lässt du die in Ruhe. Toll. Einer ist wieder tot, ne? Weil ich nicht wusste, dass da unten noch welche standen. Mensch. Ja, das hab ich voll verkackt jetzt. Na gut. Egal. Mach mal den Bereich hier frei, bitte. So. Okay. Sehr gut. Dann... Truck, komm bitte mit nach oben. Inversorgen auch. Und jetzt muss ich das noch ein bisschen besser hier hinkriegen, Mann. So. So, Leute. Äh, wo kommen denn die ganzen Mänikön? Da ist der Jeep. Genau, der Jeep. Ach, gut. Alles klar. Der Truck, der muss wahrscheinlich dahin. Das Ding hier, das sieht so aus wie so ein... Noch nicht mal, aber das sieht aus wie so ein Flusszugang. Von hier. So. Ja, perfekt. Okay. Sehr gut. Erobern sie die Chronosphäre der Alliierten. Ja, aber wo ist sie denn? Gut. Inversorgen. Hier hoch. So. Und hier krieg ich... Ah, da hinten. Ach, du Scheiße. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Wie soll ich mich denn da jetzt durchkämpfen? Hä? Ah, geil. Okay. Ich muss einfach nur abwarten. Alles klar. Na gut, na dann. Easy. Speichern. Mission L. Mission 12. Add on. So, liebe Leute. Dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt. Gute, gute neue Kommande Kunker. Und, äh... Lass die mal da oben. Aber da muss ich hier oben noch weitermachen, irgendwie, ne? Ja, aber da können ja auch nur die Invasoren rein. Ne, da können ja auch nur die Invasoren rein, denke ich mal. Wehe, das Wasser vergiftet uns jetzt auch, ey. Und wehe, hier kommt irgendwas. Ich kenne das Add-on mittlerweile. Da kommt bestimmt irgendwas. Ich habe 6.000 Geld, ne? Ich habe 6.000 Geld. Mach mal so. Weil kaputt machen können die ja nix. Ne? So. Zeitsprung. Aha. Verstärkung. Da ist der MBF. Oder was? Ist das jetzt ein MBF? Tatsächlich, Leute. Tatsächlich, aber... Wo soll ich denn... Hä? Was zur... Hä? Moment. Mussten Sie zuerst, seitdem Frau Zorgung... Ja, so hat die Bars leergefegt. Jetzt können Sie die Kronosphäre mit Leichtigkeit einnehmen. Schicken Sie ein MBF zu der großen Insel. Was denn für eine große Insel? Äh. Ich bin überfragt. Aber gut, kein Problem. Wir können uns ja hier das Ding hier einnehmen. Diese Panzer da, die stören mich nur. Ja, da stehen ja jede Menge Panzer drinnen. Baue den einfach mal hier auf. Hä? Was? 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 Okay, ich habe es zum Glück gespeichert, aber... Was? Ich darf den nicht einsetzen? Wie bescheuert. Wollt ihr mich verkack-eiern, Leute? Okay, gut. Also nochmal rein hier. Nochmal rein hier. So. Okay. Die Frage ist halt, was für eine große Insel meinen die da? Ja, Sir. In Ordnung. So, Leute. Ja, Sir. Würde ich sagen, kommt ihr auch nochmal mit da hoch? Was für eine große Insel meinen die? Muss ich da tatsächlich irgendwo hier hin? Ich weiß es nicht. Hm. Ja, Sir. So. Vorsichtig, das Ding ist sehr zerbrechlich. So. So. Jetzt kommen die Verstärkungen. Argument. Die Energie kann ich mir nehmen da. So. Ja, wie gesagt, ich kenne diese Mission auch nicht. Keine Ahnung. Was für eine große... Ah, die kann ich mir alle nehmen, die Energien hier. Sehr, sehr gut. Sehr schön, Leute. So macht man das, glaube ich, richtig hier. So. Dann der hier rein. Dann kann ich mich hier unten noch diese Mannekenfabrik nehmen. Ja, Sir. So. Alles klar, ich hab... Nö, die kann ich platt machen, genau. Ich hab Energie. So. Aber was zur Hölle... Soll ich jetzt mit diesem Bauhof machen? Muss ich jetzt hier mit den Grenadieren das Ding hier platt machen? Okay. Hier ist auch nochmal was freigeräumt, aber... Die schießen nicht, ne? Doch. Jetzt. Okay. Das könnte... Ah. Ja, aber... Was zur Hölle? Der hat Verstärkung gekriegt. Ja, gut. Ja, der kann nicht drüber fahren. Das ist das Problem, Leute. Der kann nicht da drüber fahren. So. Reparieren wir das Ding. Ah. Shit. Scheiße. Mbf kann die auch nicht überfahren, oder? Doch, der kann... Ah. Ach du Scheiße. Okay, dann. Ja. Der meint, der denkt sich auch, wenn ich die nicht kriege, dann eher auch nicht. Äh. Ich kann mich jetzt gleich nicht mehr wehren, ne? Ich hab auch keine Ahnung. Wohin? Wohin? Ah. Ich hab's. Chronosphäre. Ach, ja, geil. Okay, dann. Raffenhury. Ah. Jetzt verstehe ich, Leute. Jetzt verstehe ich das Ganze. Gut. Alles klar. Ich musste einfach nur auf diesen... Ja, oh man, siehst du schon. Ich muss einfach nur auf diesen... Diese Chronosphäre warten. Oh, man. Woher soll man das denn wissen, ey? Wenn einem das keiner sagt. Wenn einem das keiner sagt. Woher soll man das wissen? Aber jetzt erinnere ich mich auch wieder, glaube ich, an diese Mission. Ja, doch. So, Option. Mach mal wieder. Schneller. So. Jetzt erinnere ich mich, glaube ich, auch wieder an diese Mission. Ja. Die hab ich als Kind mal gespielt. Genau. Hä? Hä? Leute? Hä? Hä? So. Sammler. Fahr die mal platt. So. Alles klar. Waffenfabrik. Frage ist, wo ist die... Wo ist das Geld hier? Chronosphäre bereit. Ja, toll. Ach, hier ist Geld. Okay, perfekt. Chronosphäre bereit. Nee, das geht nicht. Chronosphäre mit Mäniken geht nicht. Die sterben nämlich. Gegner geht auch nicht. Nur diesen Truck mit. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich hier noch irgendwie gebrauchen oder so. So, Radarstation. Zweiter Sammler. Ja, ich bin mal mutig, Leute. Ich bin echt mutig. Was ich gerade ist, weil der erst mit Panzern ankommt. Dann hab ich verkackt. Dann hab ich richtig verkackt. So. Genau deswegen werde ich jetzt erstmal eine Tesla-Spule aufbauen. So. Das war mir so klar. Das war mir so klar. Sammler, komm mal her, bitte. Leute. Ja, das war mir so klar. Alles klar. Alles klar. Laden. Leute. Shit. Scheiße. Verdammt. Nochmal von der gleichen Stelle. Oh nein. Das dauert doch so lange. Ach, Leute. Das können doch nicht euer Ernst sein jetzt. Na gut. Egal. Dann geht einfach da hoch. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber gut, so kriegen wir das halt hin. Klar. Man kriegt alles irgendwie hin. Es dauert nur ein bisschen länger. So. Dann direkt da drauf ballern. So. Nicht kaputt machen. So. So. Jetzt kommt der MBF. Genau. Richtig. Da ist der MBF. Können die hier die Energie platt machen? Ja, weil die Energie hier unten liegt, kann ich definitiv gebrauchen. So. Und so, ne? Genau. So. Dann. Du da rein. Du da rein. Du da rein. Und warum lädt der sich nicht auf? Hä? Ah, jetzt. Oh Gott. Das dauert ja ewig, Leute. Das dauert ja echt ewig. Na gut. Ich muss die Zeit noch ein bisschen nutzen. Da kommen die Manneken von dem. Das dauert ja auch ein bisschen auseinander. Den MBF noch. So. Man soll ja das mal versuchen. So. What? So. Okay. Alles klar. Ja. Ja, toll. Nö, 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 nö. So. Und zack. Genau. Perfekt. Kann ich mit dem hier noch ein bisschen erkunden. Gucken, ob die Panzer sich aktivieren. in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. In Ordnung, in Ordnung. In Ordnung, in Ordnung. Da sind vier Silos. Verdammt. Aber egal. Dann werde ich, äh. Manneken. Dann hole ich mir da jetzt die Silos. Ja. Ich hole mir da die Silos. So. Bau mal Invasoren. So, vier Stück. So. Nein, 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 nein. Nicht platt machen. So, hier. So. Zack, zack. Zack, zack. So. Jetzt schon. Jetzt schon. Ach, ihr seid doch bescheuert, Leute. So. Dann. Bitte hier platt machen. Platt machen. Waffenfabrik. Meine Güte. So. So. Chronosphäre habe ich. Aber nicht schlimm. So. Schon wieder. Ach so. Ja, okay. Hört doch mal auf. Da kommt nämlich ein Manneken vielleicht raus. So. Hier muss man ja einiges gleichzeitig machen, ne? Tesla-Spule. So, Leute. Dann. Oh nein. Das kann ich sogar gebrauchen. Gut, dass ich hier diese Taktik fahren kann. Nein. Verdammt. Egal. Das reicht doch erst mal. Und ich hier oben jetzt eine Tesla-Spule hinstelle. Zack. Das reicht doch erst mal. Tatsächlich. Geil. Okay. Kann ich jetzt hier einen zweiten Sammler hinbauen. Was? Wo kommen die denn her? Was ist das? Wo kommen die denn her? Scheiße. Ja, gut. Wo kamen die denn auf einmal her? Interessant. Ah, das war die... Okay. Alles klar. Aber wir haben es. So. Wir haben unsere zwei Sammler. Dann baue ich die Tesla-Spule immer nach. So. Aber das ist auch eine interessante Mission. Oh nein. Was wäre denn jetzt mit einem Gummipanzer? So. Dann hier die Manneken nochmal. Zack. Zack. So. Höh. Höh. Boah. Boah. Boah, ist das mies, ey. Ist das mies gewesen. Habt ihr das gesehen? Der hat mir einfach die Waffenfabrik weggenommen. Noch mehr. Boah. Was zur... Das ist krass, was da abging. Boah. Ey, krass, Leute. Richtig krass. Radarstation. Heftig. Wirklich heftig. So. Krass. Alter Schwede. Da hat er kapiert. Er hat mich ganz schön überrascht. Muss ich sagen. So. Aber wir haben es, wir haben es, wir haben es überlebt. Wir haben es geschafft. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt mal weiterbauen hier. So. Neue Bauoption. Alles klar, Leute. Perfekt. So. Es ist... Kommt das schon wieder mit so einem Sack hier. So. Da kommt noch mehr. Na, das sind aber nur wenige. Mein Gott. So. Perfekt. So. Dann noch eine Energie. Die werde ich aber hier unten hinbauen. Wieso? Och, und dann ist gleich die Aufnahme-Fashion vorbei. Das ist schade, Leute. Das finde ich echt schade. Chronosphäre, ja. Aber ich brauche erstmal noch eine weitere Tesla-Spiele. Och, du Scheiße. Absolut. Ja. Dann, äh, keine Ahnung. Dann lock die. Lass die mal so lange drauf ballern, bis ich die Tesla-Spule fertig habe. Das klappt sogar. Geil. Das klappt sogar. Sehr schön. So. So. Wir ballern einfach weiter da drauf. Ja, dann. Pff. Lass die drauf ballern. Ist ja in Ordnung. Ach, gut. Dann baue ich die halt einfach mal nach. Dann baue ich noch eine weitere Tesla-Spiele. Oh, nein. Noch eine Energie vorher. Chronosphäre darf ich nicht zu oft einsetzen, weil dann kommt nämlich ein Gewitter. Sturm, wenn man die zu oft einsetzt. Und der zerstört alles, was in seinem Weg ist. Also, das ist auch... Das ist nicht zu wünschen, dass das passiert. Definitiv nicht. So. Gut. Noch eine Tesla-Schwule. Einfach alles absichern hier erstmal. Ah, hier haben wir hier haben wir alles, alles verfügbar. Sehr cool. Und ja, dann ist die Folge gleich schon wieder vorbei. Mensch, Mensch, Mensch. Ach, Turm. Wie ist der denn? Na gut. So. Okay. Kommt da noch eine hin? Was zur... Was zur... Ja, toll. Da kann ich jetzt aber nichts gegen machen. Ich sag bitte nicht, dass das verloren geht. Ne, okay. Ja, der macht jetzt meine Energie halt platt, ne. Ach, verdammt. Ja, gut. Da, äh... Konnte ich jetzt halt nicht viel machen, ne. Ja, shit. Egal. Wir haben es erst mal verteidigt, so. Pff, der macht mir alles platt. Oh, nein. Oh, nein, Leute. Dann verkauft das, komm. So. Sehr gut. Alles klar. Lass die Liste, die stehen. Das wäre mega. Ja, komm, dann bau die Energie halt hier hin. So, was soll denn das? Baut die Tesla-Spule nach. So. Ach, Turm. Mein Gott. Stell die Manneken mal da hin und mach den Turm am Arsch. So. Ihr könnt da drauf schießen. Sehr schön, Leute. So. Sehr gut. Jetzt haben wir den Turm schon mal weg. Perfekt, Leute. So. Nichts passiert, Leute. Nichts passiert. Die haben hier zwar alles im Arsch gemacht, aber passt schon so. Diese Penner, ey. Ich baue gleich ein Mammut-Panzer. So, dann baue ich gleich ein Technologie-Center. Und ich habe Spionage. Sehr gut, Leute. Spionage-Flugzeuge. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, die Seele sieht. Ah, schaut mal hier. Hier habe ich sogar noch zwei Einheiten. Gut, dann. Mast die mal da stehen. So. Dann werde ich jetzt gleich nämlich einen Mammut-Panzer bauen. So. Einmal ein Mammut, bitte. Danke. Gut, aber schade ist halt, dass wir keine... Äh. Keine was haben. Keine... Keine... Ach, jetzt. Tesla-Panzer. Keine Tesla-Panzer haben. Das ist schade. Aber gut, erstmal nichts zu ändern. Ich weiß nicht. Flax. Brauche ich hier Flax? Ich brauche auf jeden Fall noch eine Tesla-Schwule gleich. Gut, liebe Leute. Erste Spionage-Flugzeug. So. Perfekt. Okay. Urgut werft. Werde ich bestimmt brauchen. Und weitere Flugfelder. Ach, ja klar. Danke. Und weg. So. Liebe Leute, dann. Zack. Und weiter geht's. Habe ich Mix? Ich habe Mix. Sehr gut. Wunderbar, Leute. Wunderbar. Das läuft super. Bisschen Fortschritt. Schadet nicht. Einheiten werden. Immer schön Einheiten bauen. Habe ich Raketen-U-Boote? Habe ich leider nicht. Okay, egal. Oh. Ja. Das war so klar. Das war so klar, du Penner. Ah, jetzt wo ich gerade... Jetzt wo ich gerade auf Einheiten sitze, ne? Kaum habe ich Einheiten gebaut. Jetzt bau das U-Boote. Ah, shit. Das macht er platt, ne? Ja, ja, macht es platt. Shit. Kommt schön in die Tesla-Spule reingefahren. Oder blockiert euch. Das ist natürlich auch eine Lösung. Blockiert euch, ja. Ne, ich brauche eine Energie. Fuck. Ich brauche eine Energie. Ja, dann lasst die mal die Panzer da platt machen. So. Fallschirm-Truppen. Ich brauche unbedingt die scheiß Energie. So. Alles klar. So. Ja, gut, aber... Diese Folge wird wieder 30 Minuten lang. Was sehe ich denn da schon wieder? Das kann ja wohl nicht wahr sein, Leute. U-Boote. Kommt. Ich brauche U-Boote. Verdammte Scheiße. Der mit seinen Schlachtkreuzern. So. Verdammt. So. Ja, ich muss aufpassen zu See. Wirklich. Ja, toll. Danke. Jetzt haben die sich natürlich aktiviert. Äh. So. Perfekt. Ja, dann. Bau die einfach nach, die Kacke. So. Ja, ja, ja. So. Mal versuch das schon wieder mit irgendwas. So. Meine Güte, ey. Du nervst. Der Alliierte, ey. Der nervt. Wirklich. Tch. Ja. Keine Chance hier. So. Meine Früge. Das ist doch... Gottes Segen. Jawohl. Geil. So. Da würde ich mal sagen... Äh. Ja, U-Boote wollte ich bauen. Und noch eine MIG. Und noch... Mammutpanzer. Genau. Haben die den abgeballert? Die haben den abgeballert. Toll. Ja, super. Ha. Kein Geld. Kein Geld. Wie immer. Gut. Aber nicht schlimm. So. So. Putz. Sehr schön. So. Alles klar. Dann. Grenadiere. Mach mal diese Einheiten da im Arsch. Wenn ihr es schafft. Ihr schafft es natürlich nicht, ne? Nein. Na gut. Spionage. Spionage. So, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen... Beende ich mal die Folge. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst wir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und aktiviert die Glocke. Würde ich mich sehr freuen. Und ja, da würde ich sagen, wenn ich euch noch einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Tschö, tschö.